Kein Nachtisch Hört alle her, hört alle her, rief der königliche Bote. Die Menschen scharrten sich um ihn, um die neuesten Neuigkeiten zu hören. Im Auftrag von Prinz Robert, brüllte er, wird heute ein Wagen voller Karotten hier eintreffen. Ab sofort müssen alle Untertanen zu jeder Mahlzeit Karotten essen, so lange, bis sie alle sind. Die Leute schauten sich erstaunt an. Hurra, rief ein kleines Mädchen, Karotten sind meine Leibspeise. Aber nicht alle waren so erfreut über diese Neuigkeiten. Igitt, ich hasse Karotten, sagte ein Mann zu seinem Nachbarn. Der Bote rollte sein Blatt wieder ein, um es in der nächsten Stadt wieder vorzulesen. Aber warum möchte Prinz Robert, dass wir alle Karotten essen? Fragte plötzlich ein kleiner Junge. Weil beim Festessen im Palast sehr viele übrig geblieben sind, antwortete der Bote. Und die Königin erlaubt dem Prinzen erst, dann den Nachtisch zu essen, wenn die Karotten aufgegessen sind. Na hoffentlich bleibt dann von dem Nachtisch auch was übrig, meinte der kleine Junge. Und er stellte sich Wagenladungen voller Pudding vor.